moin moin die landratten herzlich willkommen zu einem neuen video heute machen wir gemeinsam die ernte vor der ostfriesland chili challenge hier habe ich direkt schon neben mir eine tabasco stehen die hat schon so einiges an reifen und unreifen schoten dran da will ich euch mal ein bisschen näher ran holen dass ihr das auch besser sehen könnt ja hier haben wir jetzt die tal die wunderschöne tabasco naja wie man sieht es sind schon einige reife schoten dran so und ich habe gesagt ich brauche für die für unsere challenge brauche ich circa zehn schoten aber mal gucken ob wir hier nicht zehn reife schoten haben hier haben wir schulter nummer eins und so wie ich es auch schon erwähnt habe in meinem pepperoni video das werde ich euch oben rechts auch noch mal verlinken immer schön relativ astnah entfernen so Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, dann haben wir das jetzt nämlich auch die Ernte. So, da sind wir jetzt bei der nächsten Station. Wir sind jetzt hier bei der Jalapeno. Oder bei meinem Jalapeno-Mix, bei meinem Hybriden. So wie sich herausstellte, ist das wohl ein Mix aus Jalapeno und Paprika. Den Samen habe ich letztes Jahr vom Kumpel bekommen. Und da hat sich dann wohl seine Jalapeno mit der beistehenden Paprika gekreuzt. So, wie man jetzt hier auch schon schön sehen kann. Ich habe zwei Wochen nicht gedüngt. Und sie hat deutliche Nährstoffmenge. Ja, aber egal. Es sind rote Schoten dran. Also, ab geht's! Ja, als nächsten Kandidaten haben wir unsere Cayenne. Sie ist auf jeden Fall sehr schön buschig gewachsen. Hat ein paar rote Schoten dran. Ja, zum Glück habe ich oben noch ein paar. Und dann würde ich sagen, dann kann mein fleißiger Gartenhelfer, der mich heute unterstützt, und zwar der Sohnemann vom Nachbar, dann kann er dann mal fleißig abernten. Sohnemann vom Nachbar Ja, man sieht die schöne Mini-Chili. Schön kompakt gewachsen, schmeißt schon wieder neue Blüten, hat drei reife Schoten. Und dann würde ich sagen, dann kann mein Gartenhelfer jetzt kommen und ernten. Ja, dann haben wir jetzt als nächstes mein Feuerküßchen hier. Da ist noch so ein bisschen was von den Bäumen drin. Sie ist nicht so kompakt gewachsen, davon habe ich drei Pflanzen an der Zahl. Aber die sieht noch deutlich gesünder aus, wie die anderen davor, Tabasco, Jalapeno und Cayenne. Ja, da sind jetzt auch ein paar Reife dran. Da werden wir jetzt mal von allen drei Pflanzen dann mal die Schoten entnehmen. Dann würde ich sagen, ab geht's. Bis zum nächsten Mal. Ja, hier habe ich jetzt zwei verschiedene Peperoni-Sorten. Einmal die Peperoni Scharf und einmal die Peperoni Mild. Oh, das kann morgen was Schönes werden. Dann fangen wir erst an mit der Peperoni Mild. Und dann geht es dann weiter mit der Peperoni Scharf. Dann werden die Leute sich dann wahrscheinlich fragen, hä, wie, Peperoni ist doch Peperoni. Nein, den Unterschied werden sie deutlich zu spüren bekommen. Ja, hier haben wir jetzt meine drei Paprikapflanzen. Einmal diese beiden Paprikapflanzen aus meinem Experiment, aus einer gezogenen Schote vom Lidl. Und mein Überwinterer, die Paprika California Wonder. Na, wie man sieht, sie hat schon ein paar rote Früchte. Finde ich super. Diese hier hat schon so einiges an Schoten. Und diese hier, die hat auch hier eine große Schote und weiter tiefer auch. Ja, und dann wollen wir weiter von jetzt natürlich auch ein paar von abnehmen für die Chili Challenge morgen. So, da sind wir jetzt zu guter Letzt bei der Carolina Reaper. Da kann man schon schön sehen, da sind ein paar schöne dicke Schoten dran. Aber auch schon wieder neue, frische. Und die schmeißen so oder so schon ordentlich Blüten. Also ich bin richtig begeistert von dieser. Ja, dann würde ich sagen, dann legen wir mal los. Ja, meine lieben Liebenden. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, dass dieser Film auch von der Schärfe und Sonstiges viel besser ist. Ja, ich sage mal, es bedarf jetzt natürlich auch, ich sage mal, drei bis vier Filme vielleicht. Bis ich auch die passenden Skills habe, bis ich es raus habe mit dem richtig Hinstellen der Kamera und, und, und. Von daher, wenn es jetzt nicht so pralle ist, entschuldigt es bitte. Oder ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Es wird jetzt in den nächsten Tagen natürlich auch noch einen Film nachfolgen von der Chili Challenge morgen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag dann mal Cheerio Miss Sophie. Oder veto сцен, Frau Wolf. Bis zum nächsten mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.